Hallo, ich bin Felix. Und ich bin Charlotte. Und wir beide arbeiten beim Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig. Beim Konzeptwerk setzen wir uns als Kollektiv für eine soziale, ökologische und demokratische Wirtschaft ein. Dafür machen wir konkret Bildungsarbeit, das heißt, wir gehen an Schulen, machen dort Projekttage oder an Universitäten und geben dort Seminare. Oder wir arbeiten in unterschiedlichen Formaten zum Thema Postwachstum. Das heißt, wir veröffentlichen Publikationen, wir organisieren Konferenzen oder jetzt befinden wir uns auf der DIGOZ-Sommerschule 2016. Das ist eines unserer Projekte in diesem Jahr und das sind bis zu 500 Teilnehmende, gerade hier auf dem Camp, wo wir DIGOZ praktisch werden lassen. Die Teilnehmenden erlernen hier Fähigkeiten rund um den sozial-ökologischen Wandel. Das fängt an bei dem Bau von Solarduschen, geht weiter über das Erlernen von der Moderation von Großgruppen, aber auch das Erlernen von theoretischem Wissen rund um Postwachstum. Für das nächste Jahr haben wir geplant, das Thema Postwachstum mit dem Thema CARE zu verknüpfen. Dafür planen wir im Oktober 2017 eine Konferenz zum Thema CARE mit unserem Partner, dem Netzwerk CARE Revolution. CARE sind alle Sorgetätigkeiten, die jeder Mensch in seinem Alltag erledigen muss. Das fängt an beim Kochen, Putzen, Waschen, Kindererziehen, aber auch soziale Beziehungen mit Freundinnen und Freunden aufrechterhalten und Alte und Kranke pflegen. Das sind alles Tätigkeiten, die erstmal die Grundlage schaffen, um überhaupt wirtschaftlich tätig zu sein. Mit unserem Projekt wollen wir CARE ins Zentrum der Wirtschaft stellen und die Sorgetätigkeiten sichtbar machen. Ja, denn die Frage ist, wofür wirtschaften wir denn eigentlich, wenn nicht für die Erfüllung unserer Bedürfnisse? In einem ökologischen Rahmen natürlich. Und das ist der Fokus dieses Projekts. Bereits 10 Euro im Monat helfen uns, uns kraftvoll und unabhängig für einen sozial-ökologischen Wandel einzusetzen. Danke für deine Unterstützung!